Immer cool, wenn die Gegner einen verarschen. Aua. Okay. Zum Glück ist keiner hier. Ey, sonst wäre ich hier... Ah! Ah! Yo, 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 Leute. Willkommen zu einer Runde Survival Games auf dem Revinside.tv. So, aber wir spielen eine Runde TrapSG. Achso, wir spielen TrapSG. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir spielen Survival Games. Haha. Na gut. Dann spielen wir... Warum habe ich hier ein Pferd? Alter. Was ist das denn? Oh nein, das würde ich mitnehmen. Okay, perfekt. Warum kann ich reiten? Wie cool ist das denn? Uh! Das habe ich noch nie gemacht. Also, geritten bin ich schon mal, aber... Nicht in Real Life, aber im Spiel. Lass mich... Geh runter! Okay, danke. Hier, tschüss. Okay, ich... Ich muss kämpfen. Okay, warte. Könnt ihr gegeneinander kämpfen? Alter, was ist das denn hier? Oh mein Gott. Ey, Leute, was ist das denn für eine Runde? Was war das? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wieso hatte ich gerade ein scheiß Pferd? Das kam irgendwie aus dem Nichts. Ich bin losgerannt und dann war auf einmal ein Pferd. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Oh, Leute, ich esse noch. Moment mal eben. Mh. Mh. Lücker. Mh. Ähm. Ja, wir spielen immer noch... Also, wir spielen jetzt keinen Trap SG mehr, sondern ganz normale Survival Games. Aber diesmal mit Teams, was natürlich nicht so cool ist. Ah, whoops. Der hat er mir... Der ist es weggenommen. Okay, wir haben nur einen Helm bekommen. Und eine Axt ist... Ja. Ja. Nicht so cool. Aber wir werden uns jetzt mal hier so ein bisschen umgucken. Und anscheinend sind wir die einzigen, die in diese Richtung laufen. Das heißt, wir sollten zumindest gute Items bekommen. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass wir gegen die Teams gewinnen. Ich weiß nicht, wie viele Team. Ich weiß aber, dass es eins auf jeden Fall gibt. Deswegen müssen wir da aufpassen. Ja, da bekommen wir schon mal wirklich gute Sachen. Um diese auch zu zerstören. Oh, das hasse ich immer. Wenn man so die Zeit verschwendet, indem man in Häuser guckt. Und dann so ein Riesenhaus findet. Und das nur eine Kiste besitzt. Das ist immer ein bisschen... Ein bisschen kacke. Aber... Jetzt erstmal die Truhe hier. Ein Helm. Ah, ja. Ich würde jetzt wirklich gerne schnell Gegner finden. Aber wir haben keinen Kompass. Also werden wir die auch nicht so einfach finden. Hier haben wir noch eine Truhe. Ja, die Sachen nehmen wir auch mal dem weg. Leder. Ach, komm. Leder brauchen wir nicht. Hier ist keine mehr drin. Hier können wir durch. Oh, hier ist noch eine. Habe ich gar nicht gesehen. Krass. Hier bekommen wir noch ein Goldschwert. 4 Damage. Gut, dann nehmen wir das mal mit. Ist auf jeden Fall besser als die Axt, weil wir ja nicht auf der 1.9 spielen, sondern auf der 1.8. Ich mag die 1.9 irgendwie nicht. Oh, ich bin vergiftet. Hupsi. Hupsi. Der Grund ist einfach, ich weiß nicht. Für mich ist die 1.9 etwas blöd. Ich mag sie nicht. Irgendwie eine komische Version. Konnte ich mich noch nicht so mit anfreunden. Kann sein, dass sie voll cool ist. Und ich habe es einfach nur noch nicht erkannt. Oder sowas. Komm ich irgendwie hoch? Ah, okay. Mit der Leiter. Okay. Ich meine, wieso auch nicht? Ich dachte, ich muss hier jetzt krassen Parcours abschließen oder so. Aber anscheinend nicht. Da war noch eine Kiste im Feld. Aber ich will doch hier mal eben kurz gucken. Ich meine, hier kann man ganz nach oben drauf. Ich glaube, das ist auch aus so einem guten Grund. Weil hier bestimmt so eine coole versteckte Kiste ist. Aber anscheinend nicht. Da unten ist noch eine. Spawn. Ja. Spawn. Aber wir müssen wirklich gute Sachen bekommen, um gegen das Team zu gewinnen. Das Geile ist halt als Team, man kann sich nicht wirklich perfekt ausrüsten. Man hat immer weniger... Ähm. Zack. Immer weniger als andere. Weil man sich ja die Sachen teilen muss. Und dann kann man auf einen, wenn man den alleine bekommt, ziemlich gut drauf gehen. Den gut fokussen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal in die Mitte und gucken, ob wir einen bekommen. Ich hätte gerne ein anderes Schwert. Aber kannst du nichts machen. Oh, ein Pokémon Center. Hehehe. Ne, wahrscheinlich steht das P für irgendwas anderes wie Parkplatz. Oder Penis. Hahaha. Lustig, lustig. Oh Mann, ey. Okay, so. Hallo, hallo, hallo. Wahrscheinlich... Ach so. Auf den Baum kann man ja auch noch. Stimmt. Hab ich nicht dran gedacht. Oder? Doch, hier kann man hoch. Ich sneak mal. Kann man hier komplett hoch? Anscheinend nicht. Doch, anscheinend wohl. Oh Gott. So, sehe ich einen Namen. Okay. So, von hier können wir sehr, sehr gut gucken. Über die ganze Map. Und noch viel mehr. Du, 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 du. Du, 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 du. Weiter kenne ich den Text nicht. Aber, selbst wenn er, selbst als er gesagt hat, spawnen, ist irgendwie keiner zum Spawnen gekommen. Das ist natürlich immer cool. Immer cool, wenn die Gegner einen verarschen. Aua. Okay, zum Glück ist keiner hier. Ey, sonst wäre ich hier... Ah! Ah! Alter, die gute Sachen. Was das denn für eine unfaire Scheiße? Hey! Oh nein, bitte nicht Aua machen. Hat er noch mehr Pfeile? Yo, der zielt auf mich, ey. Oh Gott. Alles nur das nicht. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Da habe ich ihn verarscht. Oh Gott, Pfeile. Oh Gott. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. So, warte. So, nochmal einen schönen Pfeil ins Gesicht. Aber wenn ich jetzt noch einen abkriege, dann wäre das natürlich doof. Nein! Geh weg! So, jetzt gibt es hier nochmal schöne Pfeile. Oh nein, es leckt. Oh nein, es leckt. Oh nein, es leckt. Pfeil. Ah, 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 oh, oh. Der hat ein Eisenschwert. Alter, was hat der für gute Sachen? Uh! Uh! Alter hat der viel. Äh, warte mal eben. So, äh. Hier, dann will ich mal eben kurz das Eisenschwert mitnehmen. Bogen brauchen wir nicht. Angel brauchen wir auch nicht. Spitze, oh, die Spitze, ah, nee, gar nicht. Wir haben Eisenschwert, ups, vergessen. Äh, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Chain Leggings brauchen wir. Hatte der noch eine bessere Hose? Ne, das war's an guten Items. Alter, aber das ist echt krass, was er hier hat. Also, wow. Äh, mit den Sachen können wir jetzt auch sogar wirklich unter Umständen einen Gegner töten. Nein, das Team töten. Noch vier verbleibende Spieler. Ich glaube, das Team ist raus. Also, jetzt haben wir wirklich ein gutes Schwert. Wir haben gute Sachen. Damit sollten wir jetzt easy losgehen. Ja, die Schuhe nehme ich mal lieber mit. Da kann das hier drin bleiben. Oder liegen bleiben. Ich muss noch irgendeinen töten. Was, hatte ich einen Kompass? Vielleicht hat er den Kompass gedroppt. Ich weiß es nicht. Ist, ist jetzt leider zu spät. Ich werde jetzt keinen mehr finden. Haha, Mano. Mano. Ja, warte und gut. Mal gucken, ob wir im Deathmatch irgendwas reißen können. Das wird etwas schwer. Aber irgendwie müssen wir das ja schaffen. So, jetzt habe ich Brot hier. Ich habe Potions. äh, ich habe, ja, Potions. So. Jetzt mal eben kurz gucken. Level habe ich, glaube ich, auch nicht. Die rennen in die Mitte. So, den haben wir schon mal gut geschlagen. Aber warum hat der denn so viele Diamantsachen? Und der geht auch in die Mitte. Sag mal, oh, die verzaubern sich alles hier. Alter. Okay. Erstmal schön Instant Healthier. Die haben anscheinend auch ziemlich viel. So, die begreifen sich direkt anscheinend an. Irgendwo ist noch einer, der sich versteckt. Oh nein. Sag nicht jetzt, das ist ein Team. Oder was? Ja, es ist ein Team. Oh mein Gott. Und hier ist noch einer, der sich versteckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Freundchen. So, den haben wir. Okay, perfekt. Jetzt holen wir uns den nächsten. Sag, go. Oh, er hat mich mitgeheilt. Glaube ich. Zumindest. Oh nein. Oh. Oh, scheiße. Ey, der hatte aber wirklich bessere Sachen. Scheiß Diamantsachen. Boah. Aber ich hab den fast bekommen. Steht hier irgendwo, ähm, die Leben von dem. Scheiße. Ja, GG. Oh, knapp, 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 knapp. Auf jeden Fall war das die Runde Trap. Nein. Survival Games auf dem Revenside-Server. Wir haben ja vorhin Trap SG gespielt. Ähm. Dein Pech. Ja, okay. Okay. Ist ja schon gut. Ich zieh mich ja schon zurück, ey. Ähm. Ja, aber ich glaube, das war ein Team. Also, die haben sich irgendwie nicht so wirklich angegriffen. War irgendwie komisch. Die standen nebeneinander. Dann sind die beide auf mich gegangen. Irgendwie komisches Verhalten. Ähm. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Very cool. Wenn ihr das Video bewerten würdet. Haut da rein. Und tschüss.